So meine lieben Freunde, neues Fußballvideo, neues Hertha-Video, Bundesliga-Video, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich sage wie immer die Themen direkt vorher an. In der Reihenfolge werden sie auch thematisiert, damit ihr vorspringen könnt oder zurückspringen könnt, wenn euch bestimmte Themen nicht interessieren. Das erste Thema, Beino Gittens bei BVB verlängert, da möchte ich mal so eine kleine Brücke zu Hertha BSC schlagen. Dann gibt es ein Thema und zwar Ruven Wertmüller, manche kennen ihn vielleicht von euch noch, hat einen Profi-Vertrag bei Hertha, hatte erst eine schlimme Verletzung, jetzt hat er sich wieder schlimm verletzt. Es geht um Kunja, der könnte zu Manchester United wechseln, nach Infos von verschiedenen Insidern und das wäre für uns monetär, also finanziell auch sehr, sehr sinnvoll. Und dann, ja, das Thema mit Rune Jahrstein, noch ist nicht offiziell sein Vertrag aufgelöst worden. Die BILD und der Berliner Kurier berichtet davon, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Ich habe einfach mal einen Vier-Gewinn gemacht, also vier Torhüter, die realistisch wären als Ersatz für Rune Jahrstein, wenn man sich dann nochmal verstärken will und nicht auf die ganz, ganz Blutjungen Tijak Ernst und auch auf Quasigroch vertrauen möchte von Seiten von Hertha BSC. Heute Abend sind wir das erste Mal wieder online, ich freue mich richtig doll drauf, ich bin jetzt auch wieder fit, habe nur noch ein bisschen Husten und Schnupfen, Augen sind noch ein bisschen liiert, aber ich bin wieder fit und ich freue mich auf den Stream heute. Ich denke mal, wir machen auf jeden Fall Strickloge und dann gucken wir mal, was wir noch schaffen, beziehungsweise was ich schaffe, wie lange ich durchhalte. Aber ich freue mich sehr, seid gerne dabei, 21 Uhr auf Twitch. Ja, bevor wir mit den Themen in der Reihenfolge beginnen, möchte ich gerne nochmal auf was hinweisen und zwar, ihr alle, ich blende es nochmal ein, habt ja bestimmt die Choreo genossen. Ich saß ja hier zu Hause mit meiner Krankheit oder lag zu Hause im Bett und habe trotzdem Gänsehaut gehabt, weil diese Choreo so toll war. Aber das war, wenn ich mich mal so zurückerinnere, glaube ich fast die geilste Choreo seit, das war glaube ich damals gegen Nürnberg, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, da hatten wir auch eine sehr, sehr geile Choreo, auch mit, ich liebe das ja, wenn was vom Stadion am Dach so aufgefahren wird. Und diese Choreos, die werden nicht von Hertha bezahlt, ich weiß nicht, wie ihr da im Thema seid, sondern das wird wirklich nicht nur harte Arbeit verlangt von der aktiven Fanszene, weil braucht man sich nichts vormachen, natürlich kostet das Geld, aber vor allem muss man da Manpower reinstecken oder Womanpower Workflow. Und ich finde es ja sowieso schon toll, wie sich da unsere aktive Fanszene mal einsetzt, aber es ist natürlich, es ist auch ein kostenspieliger Aspekt. Es hieß jetzt, ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob diese Quelle stimmt, ein fünfstelliger Betrag hat allein die Choreo wieder gekostet, es war ja auch das halbe Stadion mit Fahnen voll. Und das unterstützt ja unsere Mannschaft insgemein, ungemein, ungemein, das wollte ich sagen. Und wie ihr das unterstützen könnt, das soll jetzt hier keine Werbung im klassischen Sinne sein, sondern einfach nur ein Hinweis darauf, weil vielleicht wissen das viele gar nicht und jeder Cent kann da helfen. Der Förderkreis Ostkurve, ja, der Förderkreis Ostkurve ist ja eine Organisation der aktiven Fanszene, da könnt ihr eintreten, um auch selber aktiv zu werden, mit denen in Austausch zu gehen, aber das müsst ihr auch gar nicht. Wenn ihr sagt, ich sitze gar nicht in der Ostkurve und so weiter, ist gar nicht schlimm, ich mache euch den Link mal unten rein, ihr könnt da Mitglied werden und habt dann auch Zugang zu den exklusiven, ja, ich möchte nicht sagen Merchandise, sondern zu den exklusiven Klamotten, Schals und so weiter, die man eben nur kaufen kann, wenn man im Förderkreis Ostkurve ist. Aber ihr könnt euch dann eben auch aktiv beteiligen oder passiv. Sagen wir mal, ihr geht gar nicht so oft ins Stadion oder ihr sitzt eigentlich völlig woanders, aber findet trotzdem geil, wie die unsere Choreos machen, wie die das unterstützen. Da müsst ihr euch gar nicht aktiv beteiligen, wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit und will mich darum auch nicht kümmern. Ihr könnt Mitglied werden, eine Mitgliedschaft kostet 20 Euro und ihr müsst da trotzdem nichts machen. Link ist unten in der Beschreibung, ist einfach nur ein Aufnahmeformular, 20 Euro im Jahr und ihr unterstützt damit ungemein, was ist denn mit mir los, ungemein, ja, solche Choreografien. Es gibt auch direkt auf der Seite einen Paypal-Link, da könnt ihr Spenden machen, wie ihr wollt. Sagt ihr, ich verzichte heute mal auf meinen Kaffee, ich spende drei Euro oder selbst wenn es nur ein Euro ist, die Masse macht es ja am Ende. Also wenn ihr diese Choreos geil findet und ihr findet, das macht ja auch eine geile Außenwirkung auf unsere Hertha-Fans und das wirkt ja auch auf die Mannschaft. Ihr habt gesehen, wie Boateng da hingeguckt hat, wie auch die ganze, sogar die gegnerische Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Ich habe da einige Spieler auf der Bank gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Die haben richtig erstaunt geguckt, was das für eine geile Choreo ist. Und wenn man sowas eben in Zukunft auch weitermachen möchte, dann ist man natürlich darauf angewiesen, dass es da auch Leute gibt, die da Geld reinmachen. Also jeder Cent ist da was wert, soll keine Pflicht sein, müsst nichts machen, aber wenn ihr das schön findet, freue ich mich, wenn ihr da den einen oder anderen Euro hinspendet oder sogar Mitglied werdet und den Förderkreis Ostkurve damit unterstützt. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung, das war mir mal ganz wichtig, weil ich diese Choreo so toll fand. Und ich meine, wir haben ja jetzt hier eine Reichweite und dann kann man ja sowas auch unterstützen, was uns allen am Ende Spaß und vor allem Freude bereitet. Und uns auch, das ist ja auch immer meins hier, hier mit dem YouTube-Kanal in der Öffentlichkeit darstellt als geilen Verein. Nicht als diesen, ich will dieses Wort gar nicht mehr sagen, als diesen Club, sondern eben als geilen Traditionsverein. Und das könnt ihr eben damit mit einem Euro, mit 50 Cent, mit 10 Euro, wie ihr wollt, könnt ihr das unterstützen oder eben mit einer Mitgliedschaft. So, jetzt kommen wir zu den Themen bezüglich Fußball. Ja, Beino Gittens, ja, so eins der absoluten Ausnahmetalente, die sich Dortmund mal wieder geschnappt hat von Manchester City, muss man auch erstmal sagen. Wie kriegen die das hin? Damals schon Sancho für 8 Millionen geholt, ich glaube, der war sogar erst ausgeliehen. Jetzt Beino Gittens. Dortmund hat sich einfach einen Status erarbeitet, das Talente aus solchen Akademien, ja, wo eigentlich dann jeder ja gerne einen Profikader will, wo aber die Durchlässigkeit schwer ist, weil die eben Topstars für mehrere zig Millionen immer holen. Die haben sich einen Status in ganz Europa erarbeitet, dass Spieler gerne da hinwechseln, weil sie wissen, wenn sie gut genug sind, haben sie da eine mega Durchlässigkeit, können sich ins Rampenlicht spielen und können danach zu einem Verein wechseln, wenn sie gut genug sind, zu dem sie wollen. Ja, ob das ein Dembélé war, ob das ein Sancho war, ob das ein Haaland war, etliche Beispiele gibt es dafür. Und Beino Gittens hat jetzt seinen 2023 auslaufenden Vertrag bis 2025 mit einer schönen Gehaltserhöhung verlängert und das muss doch genau der Weg bei Hertha sein. Ja, natürlich spielt da auch der Erfolg mit rein von Dortmund, braucht man sich ja nichts vormachen. Die spielen Champions League, jeder junge Spieler weiß, wenn ich da hinwechsel, kann ich Champions League auch spielen, wenn ich mich durchsetze. Aber das alleine reicht doch nicht, wenn die Spieler wissen würden, ja, die spielen zwar Champions League, aber ich werde da keine Rolle spielen, da gibt es keine Durchlässigkeit, ich werde da nicht auf meine Spielzeit kommen oder auch in Bellingham, ja, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, dann wechseln sie doch nicht dahin. Wir müssen es als Hertha schaffen, dass wir natürlich sportlich auch erfolgreicher werden, vielleicht irgendwann auch mal international spielen, damit man eben große Talente bekommt. Aber es reicht ja auch erstmal im Kleinen. Es reicht auch erstmal im Kleinen, unsere Talente, die wir schon in der eigenen Akademie haben, zu halten. Und wie macht man das? Eben nicht nur mit mega Gehaltserhöhungen, natürlich muss man da auch gewisse Gehälter mitgehen, sonst werden sie eben weggeschnappt von Gladbach. Aber ich gebe, wie gesagt, lieber mehr Geld aus für meine eigenen Talente, als für irgendwelche random zusammengekauften Spieler aus aller Herren Länder. Und dann müssen wir es einfach schaffen, dass es eine Durchlässigkeit gibt. So wie bei Scherhand jetzt, der hat seine Spielzeit bekommen, vielleicht bekommt er noch viel mehr Spielzeit. Und wenn man das öfter sieht als Jugendspieler, dann sagt man sich auch, ey, warum soll ich jetzt zu Gladbach wechseln? Und ich meine, Luca Netz ist auch kein Stammspieler in Gladbach und ist damals dahin gewechselt, weil er da angeblich mehr Möglichkeit auf Spielzeit hat. Natürlich hat er letzte Saison auch öfter gespielt, aber der hat trotzdem Benzebaini vor sich. Und Lukas Ullrich, was will der jetzt dahin wechseln? Da ist der hinter Netz. Selbst wenn Benzebaini wechselt, ist der doch trotzdem hinter Netz. Also wir müssen es einfach schaffen, für die Jugend ein Verein zu sein, wo die wissen, ey, ich wechsle nicht. Weil wenn ich hier bin, habe ich große Chancen auf Durchlässigkeit. Das wollte ich einfach nur mal so ein bisschen vor Augen führen. Natürlich ist Dortmund jetzt ein Paradebeispiel, oder wenn man sich Ajax und so anguckt, weil die halt auch international erfolgreich spielen und das immer das Megasprungbrett ist. Aber wir können das ja im Kleinen machen. Das muss ja gar nicht gleich ein Beinau-Gittens sein. Das reicht ja, wenn Luca Netz bei uns bleibt. Das reicht ja, wenn Lukas Ullrich bei uns bleibt. Das reicht, wenn Marton Dardai mal seine Spielzeit bekommt und dann gerne bei uns bleibt und nicht irgendwann nächstes Jahr einen neuen Verein sich sucht oder so. Das muss doch aus meinem Empfinden von außen nach unser Ziel sein, die Integration in den Profikader und nicht immer irgendwelche neuen Spieler holen und dann den Weg für die jungen Spieler verbauen. Ja, ein Spieler, wo ich sagen würde, ist auch gar nicht böse gemeint, der würde es tendenziell wahrscheinlich eh nicht schaffen, bei uns sich ins Rampenlicht zu spielen. Einfach auch, weil er da zu viel Konkurrenz hat und weil für mich da das einfach nicht ausreichend ist für einen Bundesliga-Kader, ist Ruven Wertmüller. Der Schweizer, 21 Jahre jung, hat glaube ich vor zwei Jahren seinen Profi-Vertrag bekommen, natürlich zu ganz geringen Bezügen. Das ist jetzt kein Profi-Vertrag, wie ihn bei uns ein Jovetic oder so hat. 1,77 groß, Mittelstürmer, durfte ja auch ab und an schon mal bei den Profis mittrainieren. Der hat wirklich richtiges Verletzungspech. Erst hatte er im Februar einen Innenbandriss, der ist jetzt gerade verheilt. Jetzt hat er gegen Babelsberg spielen dürfen und zieht sich einen Kreuzbandriss zu in der zweiten von Hertha. Also da geht wirklich nur gute Besserung raus. Er hat für Hertha zwei 29 Spiele, drei Tore, vier Vorlagen, was auch so ein bisschen zeigt. Es ist nochmal, das hat Antje Jovic auch mal gesagt, es ist ein mega Unterschied, ob einer in der Jugend performt oder ob er sich dann im Männerbereich durchsetzt. Egal, ob das jetzt nur Regionalliga ist oder später dann Bundesliga, weil in der Hertha U19 hat er super gespielt. 43 Spiele, 21 Tore, acht Vorlagen. Er hat jetzt nur noch einen Vertrag bis 2023. Ich wünsche ihm nur das Beste. Wir wissen ja von Sona, was so ein Kreuzbandriss nach sich zieht. Das heißt ja auch nicht, wenn es einmal verheilt ist, dass es dann durch ist. Also nicht durch das Kreuzband, sondern dass die Verletzung dann durch ist und dass alles wieder geht. Da gibt es ja viele Folgeverletzungen leider. Ich wünsche ihm wirklich nur das Beste. Es tut mir leid. Ich glaube, es wird nichts werden bei ihm mit der Bundesliga. Da haben wir einfach zu viele Stürmer auch noch in der Hinterhand. Ob jetzt ein Wollschläger das schafft oder ein Scherhund, ist die andere Frage. Aber wir haben so viele Stürmer, das wird schwer, sich da bei uns durchzusetzen. Aber ich würde es ihm ja schon gönnen, wenn er zumindest im Regionalliga-Bereich oder Drittliga-Bereich sich durchsetzen kann. Und es ist natürlich sehr, sehr bitter für so einen jungen Mann. Es war so eine großen, schweren Verletzung. Vertrag läuft aus, wird wahrscheinlich schwer, dass er einen neuen Vertrag bei uns bekommt. Alles Gute an der Stelle für den Pechvogel. Ruven, sorry, jetzt ist Ruven Wertmüller. Kunja. Ja, Kunja. Ich traue ihm immer noch hinterher. Kunja ist bei Manchester United im Gespräch. Der 20. Wir haben ja gestern noch über Manchester United gesprochen. Was ist bei Manchester United los? Ist das der totale Fall? Rangnick hat ja damals schon gesagt, als er kurz als Trainer übernommen hat und eigentlich langfristig den Klub leiten sollte, hat er ja schon gesagt, das ist wie eine Operation am offenen Herzen, was man hier mit Manchester United macht. Die haben es irgendwie nicht so ganz gepeilt. Jetzt sind sie auf Platz 20. Im Kader stimmt gefühlt nichts. Sie wollen sich auf allen möglichen Positionen nochmal verstärken. Gagpo ist da im Gespräch. Ich glaube, von PSV Eindhoven ist der, oder ist der Ferienort? Jetzt ist auch ein Kunja im Gespräch. Kunja, so richtig durchsetzen konnte er sich bei Atletico nicht. Letztes Jahr gewechselt, wenn man an Transfermarkt.de glauben darf, für 26 Millionen. Also unter geschätzten Marktwert bei Transfermarkt.de. Ich glaube, der war damals 28, 30 Millionen. Der beträgt auch weiterhin 30 Millionen. Und im Raum steht tatsächlich eine Ablöse von 50 Millionen Euro. Warum wäre das für uns interessant? Weil wir eben nicht nur 26 bzw. 28 Millionen Euro von Atletico letztes Jahr bekommen haben für den Spieler. Sondern wir haben uns auch eine Weiterverkaufsklausel reinschreiben lassen. Die soll wohl 10 Prozent betragen. Hat zumindest damals der sehr, sehr gut informierte Fabrizio Romano getwittert vor einem Jahr. Und das würde natürlich bedeuten, summa summarum, wenn er für 50 Millionen wechselt, knapp 5 Millionen Euro. Vielleicht haben wir auch eine Weiterverkaufsklausel von 15 Prozent. Keine Ahnung. Gehen wir mal von 50 Millionen Ablöse aus 5 Millionen Euro. Die das uns einfach nochmal in die Kasse spült. Was ja auch den Transfer im Nachgang nochmal besser macht. Dann kann man davon 31 bzw. 33 Millionen Ablöse sprechen. Ich sage immer noch, auch dieser Transfer würde ja zeigen. Kunja, der sich ja wirklich nur als Ergänzungsspieler zeigen konnte bei Atletico. Hat ja auch krasse Konkurrenz gehabt mit João Feliz, Griezmann und Suarez. Trotzdem hat er sechs Tore erzielt. Aber eben auch nur sechs Tore als Ergänzungsspieler. Und trotzdem, obwohl er sich nicht durchgesetzt hat. Der hat zwar für Atletico gespielt, klar, hat auch ein bisschen internationale Erfahrung gesammelt. Trotzdem zahlen die jetzt fast das Doppelte an Ablöse wie wir letztes Jahr. Was auch nochmal zeigt, klar, wir mussten Geld machen, wir mussten ihn loswerden. Aber wir haben einfach nicht das Maximum damals rausgeholt. Selbst wenn wir jetzt die Weiterverkaufsklausel mit reinrechnen. Ich sage es euch, ein Jahr bei Atletico nicht Stammspieler. Und die kriegen fast das Doppelte, wenn es denn zustande kommt. Und ich sage immer noch, halten konnten wir ihn vielleicht nicht, weil wir brauchten das Geld unbedingt. Trotzdem war das keine Summe, wo ich sage, boah, da haben wir jetzt das Maximum für Kunja damals rausgeholt. Sieht man ja an diesem Transfer jetzt. Ja, Kunja, warum wollen sie den? Eigentlich wollten sie Anthony haben. War ja bei der Olympia auch der Nationalmannschaftskollege von Kunja. Anthony von Ajax Amsterdam. Auch ein fantastischer Spieler, muss man sagen. War, glaube ich, sogar kurzzeitig mal bei Bayern im Gespräch. Das Preisschild für Anthony war aber so hoch, dass selbst Manchester United, die ja gerne viel Geld ausgeben, gesagt haben, boah, ne, 80 bis 90 Millionen zahlen wir jetzt nicht für einen Anthony. Da greift man dann doch eher auf einen Kunja zurück. Und ja, wie gesagt, für uns könnte es nochmal gut sein. Ich glaube, die dritte Rate kriegen wir auch erst dieses Jahr für Kunja, wenn ich das mal richtig gelesen habe. Wann dann natürlich diese 5 Millionen bezahlt werden würden, was für uns ja viel Geld ist. Es ist ja, als ob wir irgendeinen anderen Spieler verkaufen. Wir würden gerade im Moment für wenig Spieler 5 Millionen bekommen. Das ist ja unser Problem. Wann das dann bezahlt wird, ist eine gute Frage. Ob das dann mit der ersten Rate ist, die Manchester United an Atletico überweist, dass man das noch diesen Sommer kriegt oder ob das dann erst im Laufe der Saison ist, das weiß man natürlich nicht. Trotzdem, Transfer ist getätigt, dass wir überhaupt kurzfristig eine Weiterverkaufsklausel kriegen, ist natürlich toll. Andersrum könnte man natürlich auch sagen, wenn er noch eine Weile bei Atletico geblieben wäre, vielleicht wäre der auch irgendwann 80 oder 100 Millionen wert, sodass man 10 Millionen bekommen hätte. Andersrum, das sind alles Spekulationen, kann man auch sagen, vielleicht wäre der auch ewig bei Atletico geblieben und wir hätten nie eine Weiterverkaufsklausel bekommen, weil er irgendwann ablösefrei gewechselt werde. Also alles Geld, was zusätzlich reinkommt für einen Deal, der ja eh bereits abgeschlossen ist, ist natürlich für uns wie ein warmer Regen oder ein Segen. Also können wir uns auf jeden Fall darüber freuen. Ob Kunja, ob ich dem jetzt Manchester United bei der derzeitigen Verfassung gönne, ist eine andere Frage. Ich gönne dem nur das Beste. Ich mag den immer noch sehr. Schauen wir mal. Vielleicht kann er ja da auch abgehen. Ich meine, da gibt es ja nicht viele. Kunja hat ja gezeigt bei uns, dass er auch in einer Mannschaft funktionieren kann, wo gar nichts funktioniert. Einfach als Alleinunterhalter. Ja, mal gucken, was da passiert und ob da nochmal Geld für uns bei rumkommt. Torhüter. Wir machen jetzt nochmal so ein kleines Viergewinn. Vielleicht kennen ein paar von euch noch Viergewinn. Das sind keine offiziellen Gerüchte, sondern ich spreche über Leute. Ja, wie würdet ihr die denn finden und wie würde ich die denn finden als Vorschläge für vakante Positionen bei Hertha? Und bei Hertha wird es ja wahrscheinlich so sein, dass Jarsteins Legendenvertrag aufgelöst wird. Und dann stellt man sich die Frage, will man mit diesen mega jungen Talenten, die ja eigentlich, war ja der Plan, Jarstein bleibt als Nummer zwei hinter Christensen, soll seine Erfahrungen weitergeben, mitbringen, auch eben an die jungen Keeper Tijak Ernst, ich weiß, er ist Tjak Ernst und Quasigroch. Und nächstes Jahr sind dann Tjak Ernst und Quasigroch weit genug, wenn Jarsteins Vertrag dann ausläuft, um wirklich die Nummer zwei und die Nummer drei hinter Christensen zu sein. Oder man muss eben nochmal nachbessern. Das ist jetzt alles über den Haufen geworfen. Wenn Jarsteins wirklich weg muss, muss man sich überlegen, will man wirklich dieses Risiko eingehen, Christensen, man weiß noch nicht. Ich wünsche ihm das natürlich, dass er eine stabile Nummer eins wird, aber man weiß es noch nicht. Man hätte dann nur noch einen 19-Jährigen, den man, wenn Christensen nicht funktioniert, reinwerfen kann. Oder auch, wenn er sich verletzt, man hätte nur noch einen 19-Jährigen. Wir haben natürlich auch noch einen Philipp Sprint, den haben wir vom FC Viktoria zurückgeholt. Hat ja damals für Hertha auch Profi-Erfahrung, ich glaube, in der zweiten Liga gesammelt. Aber ob der, der ist schon erfahrener, ich glaube, 28 ist er. Natürlich kann der auch Erfahrungen weitergeben. Aber ob der jetzt im Falle, Christensen verletzt sich schwer, eine Saison als Stammkeeper bei uns durchmachen soll oder derjenige ist, der als zweiter Keeper hinter Christensen agieren sollte, das ist halt die Frage. Muss man abwägen? Kann ich von außen nicht abwägen, ob er da gut genug ist? Letztes Jahr hat er für Vicky, wie gesagt, immerhin in der Profiliga, in der dritten Bundesliga oder in der dritten Liga gehalten. Also wen könnte man holen? Natürlich würde ich jetzt keinen Torwart holen, der Christensen vor die Nase gesetzt wird. Erstens haben wir nicht genug Geld dafür. Und zweitens, was wäre das wieder für ein Zeichen? Wir haben gerade davon gesprochen, Integration von jungen Spielern, jungen Spielern eine Chance geben. Was wäre das für ein Zeichen, wenn wir jetzt Christensen wieder eine neue Nummer 1 vor die Nase setzen? Wäre ein ganz schreckliches Zeichen. Also das können wir schon mal ausklammern. Das heißt, entweder du holst jetzt einen erfahrenen, du kannst dir irgendeinen Keeper ausleihen. Die Frage ist immer, so spät, jetzt schon in der laufenden Saison, so spät im Transferfenster, wer gibt gerne noch einen Torwart per Leier ab? Wir haben ja Schwolo zum Beispiel per Leier abgegeben, aber das war vor der Saisonplanung. Jetzt wird es umso schwerer, Spieler auszuleihen. Also welche Mannschaft hat denn zu viele Keeper in ihrer Planung? Das wird schon mal schwer genug, da jemanden auszuleihen, also einen erfahrenen Keeper auszuleihen oder aus der Vereinslosigkeit zu holen, wäre eine Möglichkeit. Oder aber einen weiteren Jungen, der vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat oder einen, der vielleicht jetzt nicht Christensen vor die Nase gesetzt wird, aber der ihm Druck macht, der ein gesunder Konkurrent ist. Und was wir uns ja alle gewünscht hatten, noch vor der Saison, wäre natürlich Lotti gewesen. Das wäre so ein geiler Zweikampf gewesen. Natürlich ist der auch nicht der mit der Mega-Bundesliga-Erfahrung, aber der hat uns in einer fast Abstiegssaison letztes Jahr öfter mal den Arsch gerettet. Der hat gezeigt, dass er eine Präsenz hat und es wäre ein mega geiler Zweikampf zwischen Christensen und Lottke geworden. Lotti jetzt zwei Spiele gemacht in der dritten Liga für die zweite Mannschaft vom BVB. Ich glaube gegen Saarbrücken und gegen Rot-Weiß-Essen hat er auch ganz gut gehalten. Wie ich las, natürlich für ihn selber, ich glaube, wäre es auch cooler, irgendwie erster oder zweiter Keeper in einem Bundesliga-Team zu sein, was er eben nicht ist, weil eben Dortmund hat Kobel und hat sich mit Meier, heißt er glaube ich, von Regensburg als zweiten Keeper verstärkt. Ich glaube, er ist offiziell dritter Keeper und dementsprechend auch eben meistens nicht im Kader der ersten Mannschaft. Wäre natürlich weiter ein Traum, Lotti zurückzuholen. Es hieß damals eine Million Euro. Ich halte das leider für sehr, sehr unrealistisch. Er ist jetzt dahin gewechselt. Ich glaube, da will er sich jetzt auch festbeißen und vielleicht versuchen, in den Zweikampf zu gehen mit dem zweiten Keeper, seit ich für sehr unrealistisch auch das Dortmund ihn abgeben will. Wäre damals cool gewesen, hätten wir den für eine Million geholt. Ich meine, wir geben so viel Geld für sinnlose Spieler aus. Ich will jetzt keine Namen nennen. Da hätte man auch mal eine Million für Lotti in die Hand nehmen können. Und dann hätten wir damals eben noch Janstein, Lotti und Christen sind beide in einem Zweikampf gehabt. Wie geil wäre das denn? Wie geil wäre das denn? Aber ich glaube, das müssen wir abhaken. Das ist keiner meiner vier Vorschläge. Nummer eins ist, das hat gestern einer in die Kommentare geschrieben und ich finde den Vorschlag gar nicht schlecht. Fabian Giefer. Der ist nämlich vereinslos, 32 Jahre alt, hat Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung, ist jetzt nicht der Megatorwart. Das heißt, man würde dem Christensen nicht vor die Nase setzen, sondern es wäre auch ein Erfahrener, der seine Erfahrung mitgeben kann und zur allergrößten Not eben da wäre. Haken bei ihm ist, er ist schon ein Jahr vereinslos. Also wie fit ist der noch? Seine letzte Station war Würzburger Kickers. Also auch nicht so, dass er irgendwie bei einem Bundesliga-Klub oder so war. Aber den könntest du günstig haben, der würde kein hohes Gehalt fordern und der würde eben mit seinen 32 Jahren und insgesamt 45 Bundesliga-Spielen, 43 Zweitliga-Spielen eine Erfahrung von 88 Profi-Erste- und Zweite-Liga-Spielen mitbringen und könnte sicherlich einige Erfahrungen auch weitergeben an Christensen und die beiden jungen Keeper. Also würde ich für eine sehr, sehr günstige und auch gute Lösung finden. Mir hat der immer nicht schlecht gefallen. Der war ja unter anderem bei Düsseldorf, da war er nicht schlecht, war auch mal bei Leverkusen. Ich weiß gar nicht, wo war der noch? Überall war auch mal irgendwo auf die Insel, glaube ich, ausgeliehen. Also der war echt schon bei vielen Klubs. Wie gesagt, Vereinslos 32 ist ja beim Torwart eigentlich auch noch kein Alter. Müsste man halt checken, wie fit ist der noch, wie gut ist der noch. Aber das wäre eine sehr, sehr kostengünstige Variante, weil eben da auch das Gehalt nicht groß wäre. Ein anderer Name, den ich interessant fände, das wäre so ein bisschen das Modell wie bei Lottga, wäre Finn Dahmen von Mainz, ehemaliger U21-Nationalkeeper von Deutschland. Wir haben uns ja damals für Christensen entschieden. Auch Finn Dahmen war damals bei der EM für Deutschland aktiv, hat auch insgesamt acht Spiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft gemacht, ist mittlerweile 24, kommt aber nicht an Robin Zentner vorbei, dem 27-jährigen Keeper bei Mainz, der ja auch wirklich tolle Leistungen erbringt. Finn Dahmen war immer mal wieder im Gespräch, wechselt der vielleicht. Bo Svensson hat aber in der Bildschirme gesagt, ey, wir können den jetzt nicht mehr abgeben. Wir haben unsere Planung abgeschlossen und wir kriegen keinen Ersatz. Das ist genau das, was ich gesagt habe, auch wenn du dir einen Keeper jetzt ausleihen willst. Die Vereine kriegen kurzfristig nicht einen Ersatz, deswegen, warum sollen sie einen Torwart ausleihen? Du könntest höchstens eben sagen, ja, Finn Dahmen hat aber nur noch ein Jahr Vertrag, wir geben euch jetzt eine Ablöse, nächstes Jahr geht der Ablöse frei. Dann hat aber, wie gesagt, Mainz das Problem, ja, was machen wir jetzt kurzfristig? Vielleicht haben sie ja jemanden in der Jugendakademie, dem sie auch den zweiten Torwartplatz hinter Zentner zutrauen, weil Geld, wir haben jetzt nicht unfassbar viel Geld. Robin Zentner hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 1,5 Millionen, aber ich glaube, wenn man sagt, hier 1,5 Millionen für einen Keeper, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und nächstes Jahr ablösefrei geht oder 2 Millionen, ich weiß nicht, ob Mainz darauf verzichten kann. Ich meine, die haben natürlich gut Plus gemacht, die haben Niakate und Sanjuist und so weiter verkauft. Trotzdem, ja, vielleicht, auch wenn, wo Svensson es schon ausgeschlossen hat, Finn Dahmen hätte bestimmt Bock nochmal auf eine Luftveränderung, wo er vielleicht auch in einen Zweikampf gehen könnte. Und der ist ein super Keeper, zumindest hat er mir in der U21-Nationalmannschaft super gefallen und das wäre auch keiner, dem man Christensen vorsetzt, sondern das wäre eben einer, mit dem er wie mit Lotti in einen Zweikampf gehen kann. Er hat insgesamt fünf Bundesligaspiele schon gemacht, sonst hat er meistens in der Regionalliga Südwest gespielt, 70 Spiele hat er da absolviert. Vielleicht könnte Mainz schwach werden, wenn wir da nochmal 1,5 Millionen bieten. Auch der wäre natürlich kein Erfahrender, der jetzt die Erfahrung groß weitergeben kann an Tijak Ernst und an Quasigroch. Kann man jetzt sagen, na, ist das dann so eine Verstärkung? Ich würde schon sagen, dass der schon mit seinen 24 Jahren auf einem anderen Level ist als unsere beiden Jungkeeper. Und das wäre dann so diese Lotti-Alternative. Den fände ich eigentlich nicht schlecht, ist aber wahrscheinlich relativ unrealistisch, den zu bekommen und man müsste eine Ablöse in die Hand nehmen. Ja, ansonsten noch Horn. Anfang der Saison, wo es noch nicht feststand, ob Jahrstern Nummer zwei werden soll, waren ja etliche Namen immer im Gespräch. Karius, Horn, Ortega sogar und so weiter. Horn natürlich auch. Zweiter Keeper nur noch beim 1. FC Köln, abgelöst von Schwäbe. Geplant war eigentlich, dass Horn, der ja auch nur noch ein Jahr Vertrag hat beim FC Köln, eigentlich auch Publikumsliebling im DFB-Pokal zumindest ran darf. Dass man Tausch, Schwäbe ist normaler Stammkeeper Euroleague und Bundesliga und im DFB-Pokal darf Horn ran. Da hat er sich natürlich darauf gefreut. Jetzt sind sie gerade in der ersten Runde rausgeflogen. Also noch weniger Spielpraxis für Horn. Vielleicht hat er schon Bock, nochmal zu gehen. Er sagte mal in einem Interview im Juli, Stand jetzt bleibt er da, aber es kann immer schnell gehen. Und so denke ich das auch beim 1. FC Köln. Die haben ja auch Nachwuchskeeper. Natürlich würden sie gerne Horn noch ein Jahr behalten, aber da ist die gleiche Situation wie bei Finn Dahm. Er hat einen Marktwert von rund 2 Millionen. Der 1,92 große Keeper mit viel Bundesliga-Erfahrung ist ein Top-Verdiener. Ich glaube, der soll rund 3 Millionen bei Köln sogar verdienen. Habe ich mal gelesen. Keine Ahnung, ob es stimmt. Quelle vertrauen mir, Bruder. Und ich denke schon, wenn Hertha da sagt, komm, wir zahlen euch nochmal 2 Millionen oder 1,5 Millionen, bevor ihr nächstes Jahr ablösefrei geht und ihr verliert noch einen Top-Verdiener, müsst dann zwar auf die Jugend setzen, aber ihr habt ja trotzdem eh noch einen anderen Stammkeeper, dass Köln schwach werden könnte und eben auch Horn. Die Frage ist wirklich, es wurde ja damals gesagt, Horn könnte kommen, weil er Menger gut kennt. Also wenn man sich die Köln-Fans immer so anguckt, dann glaube ich nicht, dass Menger ein Argument ist für Horn, um nach Berlin zu kommen. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass sie sich nicht so gut verstehen. Aber da kann man von außen natürlich auch völlig falsch liegen. Horn ist natürlich ein absolut stabiler Bundesliga-Keeper. Er hat 201 Spiele gemacht. In der Bundesliga hat 98 Zweitligaspiele gemacht. Auch der müsste natürlich im Konkurrenzkampf mit Christensen treten. Man würde ihm auch da nicht direkt einen vor die Nase setzen. Es ist halt die Frage, was hat Horn jetzt davon, wenn er zu einem Klub wechselt und genauso wie bei Köln auch nur Herausforderer ist. Naja, Vorteil könnte sein, dass er nochmal einen längerwierigen Vertrag bekommt, vielleicht drei Jahre oder so, den er bei Köln, weiß man jetzt nicht, aber vielleicht eben nicht bekommen könnte und es die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher ist, bei uns Stammkeeper zu werden. Auf jeden Fall wäre es ein interessanter Konkurrenzkampf. Man müsste aber ebenso wie bei Damen Geld ausgeben. Dann gibt es noch einen Spieler, der ist sehr, sehr umstritten. Der wäre aber auch kostenlos zu haben. Das heißt, du müsstest nur ein Signing-Fee bezahlen, also ein Handgeld, weil der halt vereinslos ist. Sein letzter Klub war der FC Liverpool, Loris Karius. War ja schon bei Union, konnte sich da auch nicht durchsetzen. Und er sucht einen neuen Klub. Bisher waren anscheinend noch keine Angebote dabei, die ihm gepasst haben. Der war bei Liverpool-Keeper, der war bei Bejik-Tashima-Keeper ein Jahr. Da war er auch nicht schlecht, wenn ich jetzt meinem Freund zergen glauben darf. Bei Union konnte er sich nicht durchsetzen. Ich persönlich bin ja gar kein Fan von ihm. Warum? Er hat einfach diese Persönlichkeit, der würde wieder nach Berlin kommen. Das ist auch einer, der viel verdienen wird. Was ja auch alles nicht schlimm ist. Ich will da keinen verurteilen. Ich würde als Spieler vielleicht auch gerne lieber in Berlin wohnen und ein bisschen mehr verdienen als irgendwo anders. Aber ich weiß nicht, ob der die richtige Mentalität mitbringt. Was er auf jeden Fall mitbringt, ist genug Erfahrung. Und auch wenn die meisten ihn von seinem Megapatzer im Champions-League-Finale gegen Real Madrid kennen, bringt er natürlich eine Erfahrung mit, die sonst keiner von den hier genannten Keepern mitbringen kann. 95 Bundesliga-Spiele, 55 Spiele in der Super League in der Türkei, 29 Premier League-Spiele, 13 Champions-League-Spiele, 10 Euro-League-Spiele. Auch wenn das alles schon ein bisschen her ist, wäre das natürlich eine Möglichkeit. Die Frage ist, was will der für ein Gehalt? Der wird bei Liverpool bestimmt ein stattliches Gehalt gehabt haben. Bei Union war er ausgeliehen. Ich denke mal, da werden sich Liverpool und Union das Gehalt so ein bisschen geteilt haben. Was will der jetzt für ein Gehalt? Was hat er sonst noch für Angebote? Ich glaube auch nicht, dass die Leute da bei ihm Schlange stehen. Weil, wie gesagt, die letzten Jahre hat er nicht mehr so performt. Aber das braucht man sich nichts vormachen, ob man den jetzt mag oder nicht. Er ist ein stabiler Keeper. Er ist mit seinen 29 Jahren auch ein Keeper, der Erfahrungen weitergeben kann. Also anders ein bisschen als bei einem Finn Dahmen oder so ist er eben einer, der kann eben schon im Christensen erstmal Druck machen in diesem Zweikampf. Aber der kann auch Erfahrungen an die jungen Keeper wie Christensen ernst und quasi auch weitergeben. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Sind alles keine Mega-Lösung. Vielleicht zaubert Bobic am Ende auch wieder einen Itch-Spieler irgendwo heraus. Ich habe mal geguckt. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, einen ausländischen Spieler aus der russischen oder aus der ukrainischen Liga zu leihen. Torwart. Da gibt es ja immer noch diese Regelung, mit der auch Ejuke zu uns für ein Jahr ausgeliehen wurde, mit diesem Aussetzen des Vertrages. Da ist aber gar kein, also keiner von den Top-Vereinen oder Top-Keepern ist Ausländer in den Ligen. Außer Ivan und ich glaube, der ist gerade sogar verliehen. Von daher, mal gucken. Vielleicht zaubert er wieder irgendeinen aus dem Hut, den man gar nicht kennt. Das wären jetzt so viele Namen, die mir naheliegend wären, die mir auch viele geschrieben haben. Das wären meine Meinungen dazu. Ich könnte mit allem Leben bitte nicht zu viel Geld ausgeben. Gerade eben auch bei den Gehältern schauen, dass es vielleicht leistungsbezogene Verträge sind, dass die nicht ganz so viel verdienen, wenn sie dann eben nur Ersatzkeeper sind. Gerne auch deutlich mehr verdienen können, wenn sie sich zum Stammkeeper etablieren. Und natürlich auch mit denen abstimmen, ob das ins Teamgefüge passt. Weil wir brauchen natürlich Führungsleute, aber wir brauchen auch gar keinen, der dann auf der Bank ist und sich eben nicht gegen Christensinn durchsetzen kann und der dann nur Stung verbreitet. Das wären für mich so Soft-Skills, die wir auf jeden Fall prüfen müssen. Wir müssen schauen, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Vielleicht fallen euch ja noch Namen ein, die ihr interessant findet. Und manche sagten Felix Wiedwald, aber der hatte nicht mal bei Sandhausen, wo seine letzte Station war, ein Spiel gemacht. Weiß ich nicht, ob der was bringt, aber der bringt natürlich auch Erfahrungen mit, mit seinen 32 Jahren, der ehemalige Frankfurter. Schreibt mir gerne noch Tipps rein. Schreibt mir gerne, wie ihr diese vier Spieler findet, wen ihr davon am liebsten hättet. Ja, Lotti hätten wahrscheinlich die meisten am liebsten, aber das halte ich eben, wie gesagt, für unrealistisch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nachher auf Twitch. Ich freue mich sehr darauf, dass es endlich wieder soweit ist. Und morgen gibt es dann ein neues Video. Morgen ist übrigens schon die Pressekonferenz von Hertha vor dem Spiel gegen Gladbach. Werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Mein normaler, wie ich aufstellen würde, meinen Tipp von dem gesamten Spieltag, was ich ja immer mache, werde ich trotzdem erst am Donnerstag machen, um noch ein bisschen näher am Spieltag dran zu sein, um zu wissen, wer sich vielleicht noch so verletzt bei den jeweiligen Vereinen. Aber morgen ist schon mal die Pressekonferenz und die werde ich auch so ein bisschen in einem Video natürlich hier wiedergeben. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf euch später. Bis dann. Hau he. HAU 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 Untertitelung des ZDF, 2020